Heute schauen wir uns noch ein Barockschloss an. Es befindet sich im Süden von Deutschland, in Würzburg. Es ist eine überaus prächtige Residenz. Die Residenz wurde von einem Architekten namens Balthasar Neumann erbaut. Und das Vorbild war natürlich Versailles, das Schloss vom Sonnenkönig, erinnerst du dich? Balthasar Neumann hat unzählige Schlösser und auch Kirchen in Deutschland gebaut. Er war damals, vor ca. 260 Jahren, eine richtige Berühmtheit. Und auch noch heute staunen wir über seine Gebäude. Lass uns doch einmal hineingehen. Aber hoffentlich verlaufen wir uns nicht, denn die Residenz hat 300 Zimmer. Schauen wir uns einmal das beeindruckende Treppenhaus an. Es diente, wie fast alles in solch einem Gebäude, der Repräsentation. Ein solches Treppenhaus gehörte in jedes vernünftige Schloss. Auf der Treppe konnten sich alle wie bei einer Modenschau präsentieren. Und die Leute sollten natürlich sofort erkennen, wie mächtig und reich der Besitzer ist. Lass deinen Blick einmal nach oben gleiten. Dort siehst du ein riesiges Bild, direkt auf die Decke gemalt. Ein sogenanntes Deckenfresko. Auf dem Bild fliegen viele Menschen und Götter durch die Lüfte. Und ein Mann am unteren Ende sitzt auf einer Kanone. Ein Hund schnuppert an ihm. Dieser Mann soll Balthasar Neumann, der Architekt des Schlosses sein. So wissen wir auch heute noch, wie der berühmte Architekt der Würzburger Residenz aussah. Vielleicht gehörte ihm auch der Hund? Und dann verden wir uns jetzt die Critik.